Ich weiß nicht mehr genau, wann das war, das muss um das Jahr 1990 gewesen sein. Und zu diesem Zeitpunkt erschienen eine Reihe von Artikeln, nicht in deutschen Zeitungen, sondern in italienischen Zeitungen. Und nicht irgendwelchen italienischen Zeitungen, sondern es war, meiner Erinnerung nach, Republika. Also die zu den angesehenen italienischen Zeitungen zählt. Und dieses mit sehr einsteckigen Hinweisen, auch in Bezug auf die Rolle, die in Italien spielten, als Agent-Provokateur. Ja, das heißt, dass sie mit höchster Wahrscheinlichkeit eine Kladiotruppe Anschläge verübt hat, die man dann den Roten Brigaden gezielt untergeschoben hat. Und die so gemacht worden waren, dass man den Eindruck haben musste, es sind Rote Brigaden gewesen. Und dass gleichzeitig eine sehr finstere Rolle gespielt hat, eine ähnliche Truppe in Griechenland. Als Hilfestellung für den Putsch der griechischen Obristen im Jahr 1967. Ohne die dann der Putsch möglicherweise gar nicht zustande gekommen wäre. Und es gab ja auch interessante Parallelen zu dem, was man wusste. Nämlich, dass der griechische Obristen-Putsch ja nicht nur nicht dazu führte, dass Griechenland aus der NATO ausgeschlossen wurde. Die Mitgliedschaft wurde nicht mal suspendiert, obwohl ja die NATO ein bündnisfreier Staaten offiziell ist und sich so offiziell versteht. Und dass die Duldung dessen, was dort geschah, durch die NATO offensichtlich war. Und das passte natürlich sehr gut in das Bild, das man ohnehin schon hatte. Denn die Duldung war ja evident, die Duldung des Obristen-Regimes. Und dass es auch Ausbildungslager in Deutschland gegeben habe. So, und das hat dann zu Nachfragen geführt von mir, die ich an die Regierung gerichtet habe. Und das Ergebnis war, dass es keinerlei Informationen gegeben hat dazu. Es wurde allgemein dementiert, aber es wurde in einer Weise dementiert, dass man herauslesen konnte, man will da lieber den Schwamm drüber lassen. Es passte nicht mehr in die Zeit und es hat auch keine große sonstige Aufmerksamkeit gefunden, weil das war das Wendejahr 1990 und viele dachten, das ist jetzt Schnee von gestern. Und das ist natürlich eine ziemlich unbefriedigende Antwort, weil wenn es um historische Aufarbeitung geht, kann man nicht sagen, Schnee von gestern, dann gibt es keine historischen Aufarbeitung mehr. Und die Eindrücke, die ich dabei hatte, waren, dass eine nachdächtliche Untersuchung, auch das, was bis in die 70er Jahre noch geschehen ist, quasi auf alle Parteienwiderstand gestoßen ist. Es berührte natürlich alle möglichen Regierungen, die seitdem im Amt waren. Nicht nur die frühere CDU-FDP-Regierung vor 1966, es berührte ja auch, was den zeitlichen Rahmen anbetrifft, die Zeit der Großen Koalition, aber auch noch die Zeit der Sozialliberalen Koalition. Es kamen offizielle Dementis, es kamen pauschale Dementis, als sei das geradezu absurd. Allein die Frage schon absurd. Obwohl das, was mittlerweile veröffentlicht war, vor allem in italienischen Zeitungen, alles andere als absurd war. Denn es beruhte ja immerhin auf wiedergegebenen Fakten, die in Italien eine große Diskussion ausgelöst hatten. Aber interessanterweise hat diese Diskussion außerhalb Italiens nicht stattgefunden. Und dadurch ist sie natürlich auch dort stecken geblieben, nach einer gewissen Zeit. Es ist natürlich so, dass wenn es um die Dekouvrierung, die Demaskierung gegenwärtiger, verantwortlicher geht, dann ist das natürlich für eine Zeitung noch interessant. Wenn es um das nachträgliche Aufdecken einer Sache geht, die man für Schnee von gestern hält, dann ist es für eine Zeitung nicht mehr so interessant. Und dann kann man sich eigentlich nur noch auf Historiker verlassen, die der Sache dann über Jahre hinweg nachgehen und auch das Glück haben, vielleicht auch noch einschlägige Dokumente zu finden. Aber dass das alles eine Geheimtruppe war, die für den Fall, dass sie ihren Einsatz für nötig hielt, sämtliche demokratischen Regeln auch missachtet hat und sie im Grunde genommen machen konnte, was sie wollte, unbeobachtet, das wird wahrscheinlich offiziell nie zugegeben werden. Es sei denn, es fänden sich einige Leute, die unmittelbar dabei waren und die sich dann jetzt im höheren Alter mal darüber ausführlicher auslassen. Aber nach meiner Erinnerung ist das noch nicht gefunden worden. Es gibt natürlich einen Totschlagsbegriff, Verschwörungstheorie. Und der alles abtun soll, was in dem Zusammenhang an Vermutungen, konkreten Verdachtsmomenten und so weiter da ist. Und womit ja dann unterstellt wird, indirekt mit diesem Totschlagsbegriff, es gäbe keine Verschwörungen. Aber natürlich gibt es Verschwörungen, selbstverständlich. Und die beste Möglichkeit von Verschwörungen abzudenken, ist einfach so, ach, Verschwörungstheorie. Aus der Luft gegriffen, irgendwie herbeifantasiert oder sonst etwas. Aber die Vorgänge, die nun wirklich einigermaßen dokumentiert sind, alles andere als Verschwörungstheorien, es waren Verschwörungen. Die Aufgabe bleibt, dass institutionelle Vorkehrungen getroffen werden müssen, die allesamt mit Transparenz zusammenhängen, damit sich eine Demokratie vor ihren Unterminierern schützen kann. Der Feind sitzt innen, heute mehr denn je und nicht mehr außen. Er sitzt mehr denn je innen. Wir haben es jetzt nicht eingere있는. Ich bin auf der Kompagne. Ich bin auf der Kompagne. Ich bin auf dem Kompagne. Ich bin auf der Kompagne. Vielen Dank.